Sozial, ökologisch, eigenverantwortlich. Das ist die Schülergenossenschaft EGON des Koblenzer Eichendorf-Gymnasiums. Für den Verkauf von nachhaltig produzierten Schulbedarf arbeiten Schüler aus allen Altersklassen hier zusammen. Seit der Gründung im Jahr 2015 wirtschaften sie komplett eigenständig. So schafften sie es, über 300 Genossenschaftsanteile an Mitschüler, Lehrer und Eltern zu verkaufen und so Kapital für die ersten Anschaffungen aufzubauen. Schon damals stand ihnen die Volksbank Koblenz Mittelrhein zur Seite, beriet sie in Finanzfragen und organisierte Messebesuche. Unternehmerisches Handeln und Wirtschaften von klein auf, in geschütztem Rahmen, aber mit allem, was dazugehört. Das ist uns den Easy Credit Preis für finanzielle Bildung wert.